Yo Leute, was geht ab? Ich bin's, Alcatraz Gaming und willkommen zurück zu Let's Play Portal 2, ja, die 16. Folge und in der letzten Folge haben wir hier Wheatley, also der Roboter, wiedergefunden und jetzt müssen wir für ihn testen. Wieder. Und natürlich ist wieder die Kartoffeln mit dabei, wie immer. Hier, Wheatley. Voll krank. Danke. Einfach sensationell. Aha. Okay, wir müssen dorthin. So, jetzt sind wir hier und dort hin. Oder? War das okay? Okay. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Taste da drüben? Geh da rüber auf... Aaaaaaah! Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Wir müssen auf dich alle eingestellt. Ach, hab ich jetzt... Oh, komm schon. Warte mal. Ach so, warte. Hier. Oben. Der Löffel kommt von dorthin. Bla, bla, bla. Ich bin da drunter. Ich bin aufgefangen. Geht hier rüber. Ich bin da drunter. Knapp mir das Ding. Lass es... Portal hier hin. Moment, mein kleiner. So. Äh, jetzt geht's wieder hier nach oben. Hier durch. Na, tschüss. So. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast auf die Karte. Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's wie jetzt. Ja, da hast du recht. Diesen kleinen... Was die im... Leiden sehen, ist schon lustig. Wait, lay. Oh mein Gott, das ist böse. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammer ist begrenzt. Davor hatte ich keinen Vorrat. Okay. Ich komme, ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Tests, kann man entdecken. Völlig ungenutzte, voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Ähm. Hallo? Sollte das so sein? So wie eine Erinnerung. Und, los geht's. Sei ehrlich, man merkt das gar nicht, oder? Ähm. Nein. Nichts. So wie er gleich. Okay. Einfach da geht dorthin, das andere geht dorthin. Zuerst muss ich dort rein. Ähm. Ähm. Genau, geht dorthin. Ich fall hier runter. Einer geht dorthin, der andere geht hier hin. Ich fliege hier durch. Okay. Gott, bin ich doof. Mann. Okay, jetzt muss ich überlegen, wie dieser Test geht. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Abzahl der Testkammern ist begrenzt. Da forderte ich keinen Vorrat. Ich komme, ich komme noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. So wie eine Erinnerung. Und? Ach komm, das kann noch nicht schwar sein. Das ist eigentlich, man merkt es. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Abzahl der Testkammern ist begrenzt. Da fordert ich keinen Vorrat. Ja, halt die Fresse. Ja, du kommst, bla bla bla. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. So wie eine Erinnerung. Und, los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Komme ich hier durch? Nein, komme ich natürlich nicht. Dann müssen wir das blaue einfach dorthin machen. Ja. So, wir fliegen hier rüber. Ich glaube, jetzt sollte es gehen, oder? Ja. So. Ach, fuck. Hallo? Mein Roboterfreund. Ja, ha, jetzt schaust du dumm. So. Das müssen wir jetzt machen. Jetzt müssen wir... Ach so. Mal kurz schauen, was der hier macht. Ach ja, okay. Boah, ich dachte schon. Okay, warte mal. Ja, hallo. Scheiße. So, jetzt aber. Ja, endlich. Schwack, Mann. Alter. So. Ich gehe jetzt mitsamt dem hier rauf. Und mache hier das Portal. Ha, ha, hi. Oh, wie enttäuschend. Mhm. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. Was wird schon alles werden und was passiert schneller als gedacht? Äh, jetzt bin ich beruhigt. Definitiv. Wie immer. Okay, weiter geht's. Okay. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen. Adoptiertes Hausnäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiert sein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Äh, naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will das in die Faden. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind voll weisen. Klausi, an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Äh, okay. Dann halt die Schnauze. Dann halt die Schnauze. Tschüss. Mein kleiner Freund. Ach. Komm schon. Scheiße, wie komme ich jetzt da drüben? Da drüben? Hä? Bin ich doof? Ich glaube, ich bin wirklich doof. Okay, warte mal. Ach so. Ja, jetzt. Jetzt habe ich das kapiert. Hä, hä. Komm her. Ich finde, diese Farbe will ich viel kühler. Oder besser. Oder geiler. Oder... raus. Perfekt. Geschafft. Oder doch nicht. Da ist die Tür. Da drüben ist die Tür. Doch, wir haben es fast beinahe geschafft. Ähm. Oh. Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopf-Sache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Äh, nein. Er ist wirklich ein Schwachkopf. Er kann nicht mal eine Anzeige schön gestalten, dass sie die gleiche Farbe behält. Überall. Hier Farbe, hier Farbe, da. Andere Farbe. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Oh. Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwachkopf. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand es ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter ein Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Dort hin. Wo kommt der Würfel raus? Dort hinten. Was war das denn? Das war gar nichts. Nichts. Ja, er ist doof. Das wissen wir alle. Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Okay, Leute. Das war es jetzt auch wieder für diese Folge. Das ist Folge 16 schon. Wir sind bei Teil 8. Jetzt kommt noch ein Teil 9. Das ist die Flucht. Und Teil 10 ist, ähm, hier tötet er dich, heißt er, glaube ich. Und dann ist Teil 11, sind da noch die Credits. Aber zuerst mal würde ich ja nochmal sagen, das war es für diese Folge. Man sieht sich. Bis dann. Ciao, Leute.